Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute das Angebot des Wettanbieters William Hill vorstellen. Dazu zeige ich euch, wie man auf deren Seite ein Konto erstellt, erstmalig Geld darauf einzahlt und eine erste Wette platziert. Nutzt unser Vergleichsportal www.sportwettenvergleich.net und den dort hinterlegten Link, um direkt auf die Startseite des Buchmachers zu gelangen. Den Anmeldevorgang startet ihr dann durch Klicken des Buttons Jetzt anmelden, der euch oben rechts angezeigt wird. In dem sich nun öffnenden Formular tragt ihr zunächst eure persönlichen Daten, wie zum Beispiel euren Namen, euer Geburtstag oder eure Adresse ein, wählt anschließend einen Benutzernamen und ein Passwort aus und nachdem ihr die Sicherheitsfrage sowie die von euch bevorzugte Währung festgelegt habt, fahrt ihr im Anmeldevorgang durch Akzeptieren der AGB fort. Ja prima, bereits nach wenigen Klicks ist unser Kundenkonto erfolgreich erstellt. Was nun noch fehlt, ist ein Guthaben auf unserem Konto. Aus diesem Grund lässt uns der Anbieter in einem nächsten Schritt direkt Geld auf unser Konto einzahlen. Hierfür steht uns eine breite Palette unterschiedlichster Zahlungsdienstleister zur Verfügung. So können wir beispielsweise die Optionen Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, Skrill oder Nettler nutzen, um erstmalig Geld auf unser Konto einzuzahlen. Ich entscheide mich nun für die Variante per Paypal und zahle 10 Euro auf das gerade eben erstellte Konto ein. Nach erfolgreicher Eingabe unserer Paypal-Daten steht uns das von uns eingezahlte Guthaben sofort zur Verfügung und wir können uns auf die Suche nach einer geeigneten Wette machen. Da ich euch heute zeigen möchte, wie man eine Sportwette platziert, wechsle ich zunächst auf der Startseite in den Bereich Sport durch Klicken des Buttons Jetzt Wetten, der sich hier befindet. Im Sportwettenbereich gibt es nun sicherlich verschiedenste Möglichkeiten, sich auf die Suche nach einer geeigneten Wette zu machen. Da ich euch heute zeigen möchte, wie man auf ein Spiel der ersten Fußball-Bundesliga in Deutschland wettet, wähle ich zunächst aus dem Bereich Sport die Kategorie Fußball aus. Nun kann ich über den Reiter Liegen und Turniere in Deutschland die erste Fußball-Bundesliga auswählen. Mir werden nun hier alle Spiele des kommenden Spieltages in der ersten Fußball-Bundesliga aufgelistet und ich habe die Möglichkeit, mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen. Zum Beispiel hier Hamburg gegen Stuttgart. Hier habe ich die Möglichkeit, auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder aber auf einen Auswärtssieg zu wetten. Daneben stehen jedoch noch zahlreiche Zusatzwetten zur Verfügung, die man sich über einen Klick auf den Link am Ende der Paarung, in unserem Fall jetzt hier, plus 115 Märkte anzeigen lassen kann. Auch das möchte ich euch mal kurz demonstrieren. Wie ihr seht, habt ihr hier die Möglichkeit, unterschiedlichste Wetten auszuwählen. Zum Beispiel, ihr könnt auf ein genaues Ergebnis wetten, ihr könnt Handicap-Wetten auswählen, ihr könnt darauf wetten. Wie viele Tore erzielt werden, also über Unterwetten auswählen und vieles, vieles mehr. Ich persönlich entscheide mich jedoch für einen Heimsieg von Hamburg, gehe deshalb wieder zurück nach hier oben und wähle das entsprechende Spielereignis hier aus. Auf der rechten Seite wird mir nun direkt mein aktualisierter Wettschein angezeigt und wir sehen meine gerade ausgewählte Paarung Hamburg gegen Stuttgart. Außerdem kann ich hier den Wetteinsatz festlegen, zum Beispiel 4 Euro und meinen Wettschein abgeben durch Klicken des Buttons Wette platzieren. Und wie ihr seht, bereits nach kurzer Zeit wird mir angezeigt, dass meine Wette erfolgreich angenommen wurde. Es ist also kinderleicht, eine Wette bei William Hill zu platzieren. Daneben hat der Anbieter aber nicht nur klassische Sportwetten in seinem Angebot, sondern auch andere interessante Bereiche, wie zum Beispiel einen Live-Wetten-Bereich, den ich euch ebenfalls kurz zeigen möchte. oder aber einen Casino-Bereich und sogar einen Casino-Bereich mit Live-Dealern. Ja, ich hoffe ihr habt einen kurzen Einblick in die Möglichkeiten bei William Hill bekommen können. Wenn ihr den Anbieter gleich selbst ausprobieren möchtet, klickt einfach auf den folgenden Link. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Klicken Sie auf das Logo und Bild, um zum Wettanbieter zu kommen. Klicken Sie auf das Logo und Bild, um zum Wettanbieter zu kommen.